So, hier haben wir gestern aufgehört. Wir haben Easy gefunden, der hier durch die Gegend läuft gerade. Und jetzt müssen wir wohl... Ah, da haben wir die nächste Quest. Jetzt müssen wir wohl die anderen finden. Soweit ich gestern nochmal kurz in der Übersicht gesehen habe, müssen wir erstmal Sinekear finden. Und dann die beiden Schwestern. So, Sinekear, genau. Das ist hier gerade die Mitte von Part 15 dann, von insgesamt 25. Und sehr schön, wenn wir heute das Team finden. Und vielleicht noch die Insel machen, die danach kommen soll angeblich. So, guck ich erstmal, habe ich irgendwas freigeschaltet schon? Ne, ich habe noch 0 SP, aber er hat doch bestimmt. Genau, er hat 10. So. Okay, äh, Avenger ist nicht schlecht. Und Grenade, äh, Radius und natürlich Damage ab ist auch geil. Machen wir mal ein bisschen lauter hier. Apropos lauter. Ich habe ja leise gemacht für den Trailer. So, jetzt. Ja gut, für einen Punkt kann ich mir Geist holen hier. So, dann reden wir mal mit ihr hier. No, das kann nicht sein. Aber Rika, was ist wrong? Ich versuchte, dass ich die Geist holen kann. Ich versuchte, um die Kommunikator zu finden, um die Godrealm zu finden. Aber all ich konnte, was noise. At least, that's all I got at first. There was a message for me. It said to go beyond the Chaos Lakes. I want to see what awaits me at the cave behind the Chaos Lakes. Will you accompany me? Sure thing. Thank you, Leo. Soviel zum Thema, dass ich die anderen Teamlehrer finde. Erstmal... Erstmal, äh, äh, was ganz anderes. I've made an interesting discovery. What is it? While observing the Macteria pollen that falls from your sky, I noticed that it sometimes contains an unusual metal. Here is a sample. Macterite. This is most unusual. Macteria is compromised of robotic parts like ours. However, this metal is not found in any robots of which I am aware. Stranger danger! It may be so. At least, it isn't used in your actual construction. But it may be a byproduct of Valm's Macteria creation process. So, what's interesting about it? This machine can break down that strange metal, which I call Macterite, and use it to create special items. Let me guess, the machine can do that because... Yes, Bernard implemented that feature. Perhaps he had the foresight to realize he would confront them and yes, one day. If we collect Macterite, the machine can synthesize it into items. Macter awesome! Yes! Macter awesome, indeed! Okay. Is the machine here? With one Macterite, you can make unfamiliar stone. As a component of Macteria, Macterite also responds to emotion. In other words, you are likely to find more of it in areas with many humans. I would suggest that we start looking at cities in the human realm. Can I get an unfamiliar stone? Can I get an unfamiliar stone? Ah, now I'm gonna do that. We'll do that again. And then I'll do that again. No, I'm gonna do that again. I'm going to do that again. ab auf die chaos chaos und zwar so kann ich dir direkt zum chaos weg gehen oder sich irgendwo zwischen nee ich muss tatsächlich wenn ich da auf chaos viel stil hier kehrs weg weil sonst komme ich wieder in irgendwelche kämpfe rein und das dauert wieder länger deswegen direkt den weg dann können wir das schon verkehren gehen ab in die höhle ich will halt unbedingt das spiel ja dann auch relativ schnell dadurch kriegen das war dann bis ende des jahres die ganzen spiele durch kriegen nein ich brauche keinen doch der gier danke die höhe kann man kaum sehen durch das ganze weiß dann ist es blau innen drin statt dieses gelbliche was sie gerade hatten was the message about is there something here the message was from them from them yes i'm sorry i should have told you but it is difficult for me to explain exactly who them is to me i was was the one he chose to survive i'm the sole inhabitant of this chaos ridden realm i am the sole inhabitant of this chaos ridden realm but it has not always been so the people of this realm were once all links through telepathy we shared a collective conch consciousness that made our lives peaceful telepathy yes each of us shared our part of our consciousness with everyone else not only the people but some plants and other animals as well but now the only consciousness i can feel is my own but now the only consciousness i can feel is my own it's all because of him because of them 19 good morning them told me that our sacrifice was for the sake of stopping the ass that we would prevent his brother's brother's cruelty and save the multiverse he destroyed an entire world just to stop his brother that's that's horrible yes them cannot be forgiven of course not he treated your whole whole world like a toy and yet and yet somewhere in my heart i believe in them's cause there are many realms many universes sharing our multiverse perhaps them was born to save them it is hard for small beings such as us to comprehend the actions of the great to us they are often intrutable and at times even cruel walrica anyway uh is there something here i will tell you what vams message said should i die there is a place that you must visit that is that place somewhere in my heart i believe in them just enough to fulfill his wish i will see what he had to show me fair enough und hallo auch dave janik ich kann nicht auf deine komischen nachtzeiten acht geben wenn ich frühschicht hab natürlich ne das ist auch nicht schlecht wir haben hier recommended level 40 aber die quest die wir davor machen mussten war level 43 ne dann sollte das ja hier nicht so schlimm werden da gab dir direkt hier zwei dicken chaos das ist sowas das ist sowas das ist sowas wenns möglich ist ne muss ich dieses spiel hier endlich mal durchspielen hehehe das werde ich zwar heute nicht schaffen durchzuspielen aber ne es ist natürlich wäre natürlich nicht schlecht wenn man es schafft also ein bisschen weiter zu kommen jetzt zumindest also ein bisschen weiter zu kommen zumindest wird bestimmt auch lustig dann äh devil summoner 1 mit guide durchzuspielen weil es ja äh nur auf japanisch gibt ganz abgesehen davon dass es wahrscheinlich etwas schwieriger wird es überhaupt abzugreifen weil PSP ist immer ein bisschen schwierig immer weg viel spaß noch danke fürs reinschauen dark dragoon ich geb dann mal bescheid wenn ich irgendwann wieder äh 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 ja er hat meine barriere weggespuckt äh er hat meine barriere weggespuckt jetzt 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 Oh, jetzt erliebe einen Kaffee, bis gleich. Okay. Ich bin vorbereitet, ich kann auch nicht später den Kaffee trinken, wenn ich noch später den Kaffee trinken würde, da könnte ich ja nicht einschlafen später, wenn ich dann das Wetten muss für Frühschicht, das wäre schwierig, wäre das. Habe ich gerade noch gegessen gehabt und jetzt hole ich halt meinen Kaffee quasi nach. So, haben wir jetzt einen von diesen Gardsviechern weg. Ja, schön, wenn man das irgendwie breaken könnte, die Gardsviechern. Aber erstmal machen wir den da weg, der kann sich nicht wehren. Oh, ich habe ihn irgendwie breakt, indem ich ihn getötet habe. Und danke wieder für den Retweet, äh, 19. Man merkt zwar hier, sonst gibt es keinen Unterschied, ob das irgendjemand sieht oder nicht, aber äh, trotzdem nett. Das ist halt leider so, man, ich bin ja schon eher der Nischenspieler, Spieler. Also, Kisi hat nur was bekommen, auch wenn er nicht mal zum Kampf war. So, er findet er schon den Weg, hoffentlich. Wenn, natürlich werde ich direkt an der Kiste vorbei rennen, kann ich die mitnehmen, dann werde ich dir ja irgendwie eine versteckte mitkriege, äh, die da oben vielleicht. Ja, das ist eher nicht so schlimm. SP-Kapsel. Ich kriege da Dinge und Sachen. Du, SP. Ja, Leo. Leo kriegt die SP. Wir wollen hier den Rare-Item-Steel und den Steel beim Piercing, der sich vielleicht dann, äh, öfter ein paar Items bekomme. Aber man kann hier noch auf jeden Fall eine ganze Ecke scalnen. Ich denke mal bis Level 99 oder so. Und da haben wir wieder eine Ecke in unseren Dimension drin. Aber erstmal mache ich die Kiste. Thomas Stone. Da sieht nach einer Waffe für Walrika aus. Ja. Mactaria-Breaker. Ich würde sagen, ihr vor... Ja. Ihr voriges Ding waren nur weniger, äh, bisschen weniger Damage, aber äh, geht eigentlich. Das hat sich ja gelohnt hinzugehen. So. Ah ja, stimmt. Ich wollte der Rare-Menschen leer machen. Da war ja was. Ja, sie juckt. Wieso kann ich nicht beide, die sehen aus, als ob sie beide gehen würden. Also, weil ich beide mache. Das hat ja gar kein, gar kein, äh, Fierce Damage. Ich glaube, bevor sie sich garben, ne. Oh, nochmal zwei von denen. Oh, nochmal zwei von denen. Ja, sie hat viel zu viel aus. Ja, sie hat viel zu viel aus. Ja, sie hat viel zu viel aus. Ich glaube, dass sie mitnehmen können. Nicht so schlimm. Dann machen wir die kleinen Krieger erstmal weg. Weil die heilen und heilen mag ich nicht, wenn das nicht auf mich geht. Habe ich auch. Okay. So. Trotz Guard ist er durch. Ja, sie hat mir nur ein Sauber erlernt. Ja. So, sechs Punkte. Können wir die beiden Skill-Sachen mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich Taunt überhaupt haben will. Taunt Damage, Desperation. Ja. 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 Da kommt das hier hin. Mehr Samidare-Hit. Und verschiedene Elemente für Samidare ist auch nicht schlecht. Ja. Wollen wir auch so einen Sechser, um durchzukommen. Ne. Heavy Counter. Ne höhere Chance, um Counter auszulösen. Ja. Wollen wir auch mal rein. Ja. Ha, 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 ha. Habe er eigentlich noch etwas bekommen? Ne, er hat noch ein Punkt da. Gut, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. nachdem ich hier eine geile waffe bekommen habe und den sp möchte ich natürlich nicht so lange ich etwas hier jetzt noch durch extra suche aber nur man sieht er ist ja dämlich ein save point das kann ja nicht das ist bestimmt nicht gut da fehlt mir gerade auf ein so lecker das alle alle plattform aber ich glaube switch war nicht dabei es wird alles gut es kommt auf steam alles gut es kommt auf steam die pro style switch nicht ja ich habe den einfach fehlt keine ahnung was das ist muss ich mir erstmal anschauen der zweite teil hiervon ich mach es dir mal groß schilder mit tmc devil summoner solar hackers kurz oben ist ein pflichtkauf ja cd kolkens 3 sollhackers 2 und ich muss hier bevor ich soll ich das zwei spielen kann weiß was ich meine glaube ich deswegen stammt ist aber niedlich alles platzform die ich streamen kann muss ich ja ich weiß was ich dazu meine das ist dann ein problem ach was nein nein ist kein problem schwierig aber ich glaube mein großes problem ist eigentlich die zeit weil wie gesagt so was wir emulieren ist ja jetzt nicht das problem heutzutage aber muss auch die zeit für zu spielen ich spiele return ist nicht schlecht weit im stil er kann ja eigentlich auch sich sollte vielleicht punkte spannen dass ich da hinkomme zu diesem weil es hier ist ja nicht schlecht weil er halt mit items arbeitet man haben sie ja eigentlich noch genug ne kiste und eine cutscene ne kiste und ne cutscene ne kiste und ne cutscene oh boss time boss time Na, welche Drecksmechanik sollen wir hier jetzt nutzen? Das lässt einen noch mehr nach Xenoblade und Shin Megitensee wünschen, weil die verlassen ich was besseres einfallen mit ihren Kämpfen. Du willst die neueren Spiele auf jeden Fall. The shadow of death steers within you, this doomed world truly suits you, what do you see through those eyes in this decaying world? Warum ist sie plötzlich zu den Philosophen gegangen? Du verstehst nicht ganz. Ah ok. Gift. Gift was sehr viel Damage macht. Wow. So. wem wollte ich eigentlich nicht heilen petrifying stair klingt jetzt nicht nach dem ding was ich gerne auf mich haben möchte jetzt will ich mal den richtigen wow wie er nicht getroffen hat sowas ist mit eis na es ist auch nicht so viel besser au wie war es nochmal level 40 three commanded hm ich seh das schon ja 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 schauen wir mal was er überhaupt hat keine schwäche natürlich nicht Gift absorbiert er und hat 50k hp so wenig ja trotzdem 3k er hat wohl bemerkt ich habe seine angriffskraft gesenkt und wenn man auch noch nicht trifft das auch noch besser sehr gut kann man so lange er nur den einen da ein stein will ist ja ist dann ok tatsächlich er hat auch viel zu tun ja 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 das ist doch nicht normale angriffskraft wo ist der bitte level 40 das ist doch kein level 40 was der da macht das ist doch hier viel viel mehr ja unglaublich Das ist doch nicht normal. Ach, leck mich doch. Dome Spiel. Bitte sag mir, dass das wirklich die Hauptquest ist. Ich hab mich optionale gedöhnt. So, laut dem Guide muss ich hier noch nicht hin. Okay, gut, schön zu wissen. Da soll ich nicht scheinbar noch das Besten stattdessen in dieser Eisgegend. Dann würde ich sagen, machen wir das, weil das... Der nennt sich Level 40, aber... Der haut rein wie sonst was, ey. Aber gehen wir von hier aus. Nur, dass das die falsche Richtung ist. Bei den Hafen vielleicht? Warte, erstmal gucken, wie ich hier auf eine Weltkarte komme. In die richtige Richtung. Ach so. Stimmt. Ich muss aber... Ich muss hier auf die Usra, auf die... Oh, Pilot Chip. Geht doch. Gewirrend. So. Und scheinbar müssen wir jetzt hier um... hin. Bis dann versuche ich mal ohne Guide zu machen, ne? Man rennt direkt in das Spiel, was mich in ein paar Runden umhaut. Level 37, das klingt auch schon mal besser als Level 40. Immer noch komisch, dass wir mit dem Vibra Meteor tatsächlich ein Level 43 gebietet haben. Aber das Level 34. Bin mir jetzt grad gar nicht so sicher, weil irgendwie kommt mir das da selbst dann vor, dass wir da grad so abgetaucht haben. Oh hey. Erstmal... Erstmal die Partymitglieder einsammeln. Das war auch eigentlich der Plan heute. Das war ja auch mit dem Motivation. Und jetzt mal wieder die hat ein level up da sollte ich auch ein bisschen einkaufen gehen aber noch geht es mit den items die ich habe net frozen tundra gefällt mir eigentlich muss einem station auch noch mal irgendwann spielen according to information from the townsfolk amycia has fallen nearby kaplan gut dann speichern wir nochmal wir auch in der richtigen ecke landen sehr übersichtlich nicht die frage wo sind das andere von enemies auch ok die die direkt ice resist down draufhauen auf die spieler auf die spieler auf die spieler sind jetzt wird wow dann fährt er noch daneben das schossen die verdammt viele poise apple immer gespannt war nicht nur cup um den typen in der stadt einst geben und noch eine kiste recht israel oh da muss ich den ganzen weg da rum gehen iris quads aber nicht sehr benutzbar ja mehr gegner ja 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 Einmal ein bisschen Attack Boost draufhauen, dass wir die besser wegbauen können. Das war's für mich. Das war's für mich. So, in die Richtung. Hier ist er. Ist das someone's voice? Hör mal, ne? Oh, ich sehe schon wieder eine Kiste. Hier ist er. Am I a god? Wait, I know that voice. Es Zinnikir. Wir haben einen Follower. Wir finden ihn. Der Gott, he says. Oh, war da nämlich gerade noch eine Kiste? Ein Drache. Oh, so sehen ich aus. Crystal Lander. Der Gott hat zwei Wort. Der Gott hat zwei Wort. Ich weiß nicht, was der da machen will, aber ich lass ihn jetzt nicht machen. Ich habe ihn. Ich mache ihn. Ich habe ihn. Der braucht ja jetzt noch den 6, damit er weiterkommt. Ah, die Piste ist einen Gang weiter, das war das Problem. Hat schon gewundert, Larch Agathe. Sieht das Spiel aber nicht als besser anscheinbar. I see channel, I see many channel, wow. Yeah, Kisten überall. Hier bestimmt auch. Oder eine Cutscene, die ein paar Meter an dem Gang, wo ich rein wollte, vorbei ist. I am, I am a god. Yo. Yo. That's Senegal's voice for sure. Senegal, I have not heard of any god by that name. Is he a friend of yours? Yeah, he is the captain of the Uthra. Got separated when we went through the wormhole. That's right. These are my memories. My memories of godhood. Syneke, what in the world are you talking about? Once we discovered the many realms in the lower dimensions. It wasn't long before we learned we could influence them. We thought of ourselves as higher beings, as gods. And of course gods must control the universe. So he's one of them, like Yaz and Vam. No, Senegal's nothing like them. We longed to have a hand in each realm. To learn how the worlds came to be. To know everything about the lifeforms that grew there. To unravel the mysteries of their hearts and emotions. Humans, mere collections of spells. Though tormented by emotions, they never give up their desire for others. For themselves. And for answers. I remember. Back then they called me Taros. They did that forbidden experiment. That's how we lost her. How we lost Yim. Now, with her soul gone. Her memory may truly be all that remains. Yim. Yim, why? Yim. Godhood meant nothing with you gone. I renounced it and decided to live as a human. Okay. Syndicate is also a god. That's what they had last time already said. I don't want to fight you. I don't know anything about them. voll mit kisten sp kapsel die anderen haben halt noch kein divine artefakt deswegen kann man nicht viel machen hoppla da ging ja live als ich eingeschlafen bin irgendwas ist doch immer logo irgendwas ist immer hast du mitgekriegt logo soulhackers 2 ich kenne den ersten teil nicht also i guess gut chill mich im intensiv devil summoner soulhackers das ist quasi der zweite teil zu einem sieger saturn spiel der ein 3ds remaster hatte damals war es noch dieses klassische smt style ding mit den ich perspektive und so aber die haben ja jetzt mehr gemacht auf richtung smt 5 und personal 5 richtung so und ja dementsprechend ja ja august ich habe zu viele spiele ich muss spiele durchspielen deswegen habe ich heute direkt angefangen spiel durchzuspielen warum verschiebt sich meine kamera die ganze zeit was ist das also ja definitiv interesting ich habe ein bisschen durch den live announcement vor dem spiel den sie gestreamt hatten durch gesagt wir hatten da sogar so eine stage in der stadt gemacht wo die charaktere des spiels herum gefeiert haben bevor sie es denn richtig angekündigt haben also erst haben sie dann halt leute mit kostümen eingesteckt da haben sie so ein bisschen richtung power rangers so ein bisschen gekämpft einer wohl irgendwie besiegt da kam hier die protagonisten vom neuen spiel hat die alle fähig gemacht und dann kam damit licht auf dem bohnen soulhackers 2 und dann kam der trailer richtig kurz wird noch am lost akutala ist viel zu groß das spiel seit ein online spiel ne fun fact ich habe noch nie ein antwort spiel gespielt es kein wunder der weil du keine konsolen hat wir meistens auf konsolen daher schwierig das macht ja auch nichts kannst alles bei mir gucken also war lange beschenkt jp chinese oder englisch hätte ich mir sowieso nicht gekauft die haben noch andere sachen außer schimmiger mit hans der gemacht dann gab es ja auch einige kleinere ich sag mal anime titel die man auch im westen spielen konnte nur meistens wusste man nicht dass es von atlos ist weil da irgendein publisher vorgeschoben war auf dem bild da weiß wie das ist bei besonders bei alten spielen wenn du da irgendein spiel hast und dann published bei hier aber weiß ich gar nichts sagen wir haben sie jetzt nicht aber da wäre nix publisher und dann siehst du ganz klein bei den entwicklern atlos also weißt du und dann ja es hat schwierig manchmal weiß man es halt einfach ist ähnlich wie mit software ich wusste halt auch eine weile nicht dass vom software hinschuh gemacht hat aber 10 schon seit jahren schon mal im regal ich soll ja auch damals gespielt natürlich wusste ich auch nicht dass es ein from software spiel ist weil er vom software so ist halt so ja wie gesagt also ich mag die ganzen atlos spieler an für sich weil so sagen dass hier die dungeons am ende öfter mal ein bisschen belastend sind das ist ja bei allen jrpg ist so dementsprechend was soll es ne ich gebe mal hast hier vom software kann gute spiele schwierig zu sagen grad also wir haben ein paar mecha spiele gemacht wir haben dieses survival horror spiel q1 auf ps2 gemacht tenchu wie gesagt haben so ein paar teile von gemacht tenchu fand ich an für sich ist interessant aber gut eher so medium eher so medium also gibt definitiv auch bessere spiele vielleicht nicht zwangsläufig im genre aber tenchu rei ist halt auch schon ein bisschen älter ne da ist er im kristall zelda style look it's zinnikir so after we went into the wormhole i got sent out to the chaos realm dann sind wir hier got trapped inside this thing ja ja was logo sagt entweder gefällt einmal nicht endet ab hier 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 comes trouble so boss time ok das ist überraschend diesmal haben sie kein elementar sondern die meteoriten mit ihm drin so elementar ist erde so was wie wind haben wir nicht ne so 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 wieso haben wir heute wieder so total übertriebene poste so 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 Vielleicht hat er gerade keine Mahner mehr. Vielleicht regnet es bestimmt wieder Meteoriten oder so. Ich hab halt nichts, was gegen Erde ist, glaube ich. Doch! Okay. Nevermind. Die Erde, äh, die Attack runterhalten. Okay, Feuer hat er jetzt. Was geht denn im Spiel gegen Feuer? Wir haben ja nichts, was irgendwie Wasser ist oder so. Eis! Eis kann ich bestimmt benutzen. So, nice. Block? Wie Block? Warum Block? Kannst du mal bitte nicht? Muss ich abwarten, dass ich dazwischen den Kometen das mache oder was? Hä? Dieser Boss ist wieder komisch. Ah, jetzt dürfte er jetzt nicht blocken. Ah, ja. Okay. Schauen wir, dass die weiterhin ihre Sachen haben. Wichtigsten Charaktere waren. Ah! Ah! Ja! Okay! Spiel! Danke! Okay! What the fuck, ey! Ich liebe dieses Spiel! Es macht Spaß! Oh Mann! Da freue ich mich echt auf Soulhackers und auf Xenoblade Chronicles 3, weil guck dir diese Kämpfe an. Das ist so ein bisschen... Why? Plasma? Das hat ja schon wieder ein anderes Element. Das hat ja Lightning. Das heißt, ich müsste was mit Erde machen. Ich habe nichts mit Erde. Wow! Hat er gerade geblockt, weil der Meteor direkt vor mir war oder was? Im Spiel, ey! Fokus! Fokus! Witz! Oh, jetzt geht's! Fokus! Aufrechter! Feiert, du gehst! Fokus! Kein Effekt, warum nicht? Hier ist Drama dran, bitte schalte um, ich hab kein Erdkram. Dann höchst du dir das Ding nehmen, okay, ich kann immer nebenbei mal gucken, wieviel der überhaupt hat, 70k, Leute mit normalen Rhythmus, ekelhaft, genau, richtig ekelhaft. Kein Effekt? Er hat nichts mit Klauen und er hat kein Mana mehr. Kein Effekt. Kein Effekt. Kein Effekt. Kein Effekt. Es ist ja gerade Pech, dass wir genau auf dem falschen Element anfangen. anfangen hier 1 Elemental damage Ah, Eis. Endlich was anderes. Damit kann ich arbeiten, Spiel. Ah, überleben wir lieber. Der Dämonisch ist leicht übertrieben. Ach, minimal. Geht doch. Geht doch noch. Ja, deswegen, ne, dieses Spiel, es will ganz genaue Sachen haben, die man dann meistens erraten darf. Und dann guckst du hier doof aus der Röhre, weil du irgendwas Bestimmtes nicht hast oder sowas. Das ist das, was an diesem Spiel jetzt, ich sag mal, nicht so den Spaßfaktor macht, ne? Warum blocken die Dinger ihn? Ganz ehrlich, was ist das für Bullshit? Nur weil ich genau in den Rhythmus Steins vor mir habe, ne, dass das direkt blocken tut. Why? Nein, kein JRPG ever macht das. Reicht es nicht, dass er 70.000 hat und mit 6.000, was das ist, auf AOE-Damage macht? Reicht das nicht, Spiel? Please. Das ist so unnormal, ey. Was hat er umgeschaltet? Ich hab's nicht gesehen. Er ist auf Erde gegangen. Ja, aber warum hat er denn das resistet? Warum hat er denn resist gehabt? Ah, Plasma. Er ist auf Plasma gegangen. Er ist auf Plasma gegangen. Er hat nicht immer jetzt die Animation zu Ende gemacht zum Aufstehen. Da war sie schon wieder tot. Was ist mit ihm? Soll ich jetzt hier extrem grinden, bevor ich hier irgendwas für den Spiel weitermachen darf, oder was? Das ist doch eigentlich für Level 37 gedacht. So viel zum Thema, ich möchte hier ein bisschen weiterkommen mit meinen Spielen, die ich spiele. Und wipe. Ja, war mir klar. Übertrieben, ey. Was sagt der Guide? Sagt der vielleicht wieder, du musst hier Level 40 sein, dann kriegst du hier sonst was für Zauber und dann kannst du machen und tun. Ich muss mit easy kämpfen. Warum sagst du mir das im Spiel? Use Leo's Solar Flare Tension Skill. Was für ein Skill? Den hab ich nicht. Die haben auf jeden Fall ein paar Zauber, die ich nicht hier habe. Zum Beispiel Feuer Samidare. Das meinten sie ja auch mit diesem Solar Flare wahrscheinlich, weil das benutzt der hier nämlich auch gerade. Toll! Superspiel! Ja, ist es Logo. Tatsächlich ist es das. So, erstmal tolle ich in die Stadt und hole mir neue Tränke. Was? Das hier oder das hier? Ich glaub das hier. Da ändere ich mal, pass dir den Titel zu. Danke, Spiel. Erstmal hier sonst was grinden muss, ne? Ganz so viel brauchen wir nicht, aber ich möchte eher hier meine anderen Tränke auch auffüllen. Das ist halt echt unnormal. Ich starte hier das Spiel und erreiche genau gar nichts. Yay! So, da können wir aber gleich mal easy hier reinpacken, damit der mehr Skill-Punkts und so weiter und sofort greift bekommt hoffentlich. Schauen wir mal, ob sie hier was haben. Ansonsten gehen wir in den Chaos-Ram und gucken da. Tatsächlich hat er hier hiervon schon das Beste. Gut, dann ähm hier aus-Ram. So, im anderen Zimmer war das, ne? Oh, hier ist ein neues Schwert. Ja, danke, Spiel, dass du... Du weißt? Okay, müssen wir erst mal wieder ein bisschen farmen. Oder? Habe ich was zu verkaufen hier? Dinge, die ich nicht benutze? HP-MP-Converter? Nein, danke. Hier wird alles benutzt. Ja gut, Items brauche ich sowieso immer irgendwie. So, dann, äh... Mithillblade, Fri-Edge. Das können wir gleich wieder upgraden hier. Einen kann ich noch. So... So... dann denke ich mal gehe ich mal in die frausen tundra und schaue ob ich hier auch noch irgendwelche kisten finde oder irgendwas und nebenher dann die monster klatschen bleibt uns ja nichts anderes übrig wo könnte noch was sein da oben in der ecke vielleicht und grinden again das so da 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 natürlich müssen wir auch für easy die ganzen anderen items dann auch noch kaufen weil der verbraucht ja regelmäßig altern das da 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 Ich habe das Video gesehen, ich habe es im Hintergrund. Ich weiß nicht was er macht, aber ich mag es nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht So Haben wir eigentlich irgendwo Punkte? Er hat eine Bisschen aber für ihn ist es ja auch relativ egal er hat ja alles was er braucht eigentlich schon ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe hm, Hypergrenade ne, hier ist keine Ecke, die noch was verstecken könnte sieht eigentlich leergegrast aus, die Gegend dann kommt gleich nochmal so ein Blickwinkel, wo eventuell was versteckt sein könnte ja es ärgert mich ein bisschen, dass wir eigentlich nicht so gut vorankommen heute weil das halt ein bisschen sehr übertrieben ist ich meine, wir sind auf dem Level für das Gebiet normalerweise sollte es nicht so ein Problem darstellen ja deswegen ärgert mich das hat ja 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 Jey wir haben wieder Punkte Da kommen immer diese scheiß Motten her Leider nie wo das hingeflogen ist Sekunde Ein bisschen schnupfen Ah Solarflare Ich glaube das brauche ich Wir brauchen hier auch noch ein paar Punkte An immense magic spell cast from the divine artefacts that deals fire element damage to all enemies Ok da brauchen wir eine ganze Ecke verdammt viele Punkte Aber er hier kann jetzt endlichfalls viel Blank Naja Jetzt sehe ich die zwar die Mutter aber hier ist sonst wo zwischen den Sachen hier Ich verstehe das nicht warum die der andere warum ständig eine auftaucht Wüsste jetzt nicht woher Kann ich auch hier so links rein Ne ich komme ja immer bei den normalen Arztgang rein So und ich habe gerade noch gelesen gehabt dass hier irgendwo ein Team Rocket Symbol sein soll ne Ich würde sagen den können wir mal suchen Na Kiste Potion L Dann können wir die Team Rocket Ding weiter machen Kann ja eigentlich nur da oben an der Mauer sein Also an Felsen da Na hier Machen wir erstmal Dimension und dann machen wir Team Rocket Haben wir jetzt eine Sache heute geschafft Weil ich bezweifle dass wir mehr Zeit haben als den Grand zu machen Okay und gleich Aber du hast etwas in die Zukunft Das war deinem W necessities Mal Abwechd 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 ja auch noch ein Rundenklau Ich kann nur noch einen Flam Grenade machen, es wäre natürlich schade wenn wir das aufbauen. Deswegen mag ich halt Izzy auch nicht so, weil der tut ja die ganze Zeit das Eventar leer machen und man will ja auch so die ganzen Items erstmal alle haben, ne? Haben wir irgendwas noch hier? Ne. Okay Team Rocket. Couldn't you call us somewhere warmer? Like I always say, nothing beats you up like a fire. Shall we get this over with, dear sister? Take care of them quickly, my skin is about to dry up. Dancing. Into your dreams. Morrigan the butterfly. Draining over the limit. Dotty the beast. Drilling beyond tomorrow. Posted Bravo. Shine for joy, shine for glory. Shine so the world will see. We are the Cinderella Tri-Star. We are the Cinderella Tri-Star. We won't lose to you this time. I've got a special new toy to show you. We are the Super High Defensive Density Defensive Barrier Unit. You can call it The Rock. Wow. Trust that it's fully and probably calibrated this time. Hey, where's my rock? Sorry, Dotty. I'm afraid I only have two. Besides, you hardly need one. Not with your muscles. Huh. Gala. Haha, this barrier won't break that easy. It's so safe, I might as well have a cup of tea. Don't rub it in. Haha, this fight is good as one. I'm sure it's not good at all. Fuck, 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 fuck. Oh Wait, my burial is gone That's odd, I'm sure my calibration was flawless Well Dottie, do something, don't let them hit us It's time to shine with my muscles, who needs machines? Ich kann trotzdem die Maschinen nicht kaputt machen Natürlich genau jetzt hat er seine Gars runtergehauen, damit er mich runterhauen kann Now it's in working order Why doesn't mine work? Aha, what? Your burial units' batteries are deceased Say what? Don't tell me you Yes, in the spirit of full disclosure, I may have forgotten to change the batteries Specifically, your batteries Like I always say, a machine is only as good as its user Ah, you are unbelievable Do you know how much this cost? Nevermind It's not like I need any lower machine to beat the likes of you anyway Bring it on! Oh, Taunton, da tut sie auch Berserk Mode Na gut, dann muss ich mit ihm hier aufheben Come to me Ich will jetzt mal heilen hier, damit der nicht direkt umkippt Wow Das ist nicht so, als ob ich was daran machen konnte Ich bin quasi im Berserk Mode Wieso gehen die immer alle auf den einen? Voll unfair drauf Ja, ich weiß Da rufe ich eins Ich muss sauerlos achten loan, der zu neu Selbst wenn man keinen Counter macht, tut es einen scheinbar töten direkt. Was für Bullshit. Heute haben wir nur belastende Kämpfe hier ey. Yay. Erstmal gegen Team Rocket verloren, weil... ...komische Bullshit Sachen. Noch nicht. ...was Glob ...w ...klar, das ist leicht, das meine Angegenheit. Das war's. Das war's. Was ich das Gelaber dazwischen immer sagen muss. Ich muss das ja aktiv wegklicken. Ich muss das ja aktivieren. 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 machen das geht auch so lange sie nicht angreift geht doch die rocke wieder besiegt level up und ein machine key you've done it again like i always say next time won't be so easy we will tussle any time those seek out our sign in the valley of numerous curving cards for now so da haben wir wieder team rocket besiegt und cinderella batch 4 hier wollen wir noch zwei für dass wir richtung solar flare gehen wir haben ja eigentlich auch schon recht viel entdeckt ich glaube nicht dass hier noch eine kiste irgendwo ist und da ist die kiste beatmastery obtained an item that unlocks a git on the growth map aber keine von deinen scheinbar ja da er hatte das für quick all ja es ist auf jeden fall noch eine kiste da gehen wir auch noch hin ja vielleicht hätte ich mein mana auffüllen sollen ja 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 Das war's für heute. Auw. Ich habe mir das Gefühl, es ist egal, ich kann 80. Das war's für heute. Das war's für heute. Hm, bisschen. Gunstone. Survival cost. Cast, cure and resist as soon as the bearer becomes the last fighter standing. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, in der Gegend haben wir alle Kisten, denke ich mal Oh, in der Gegend haben wir alle Kisten, denke ich mal Oh, in der Gegend haben wir alle Kisten, denke ich mal Oh, in der Gegend haben wir alle Kisten, denke ich, dass das jetzt gerade wieder künstlich verlängert wird, indem sie einfach da sonst was für eine Cap reinhauen, die vorher nicht da war wieder so ein Diff von Dave ein Dave-Diff in der Gegend kann ich hier im Kreis laufen kriegt man ja sonst nicht so ein Diff so ein Diff Yeah, noch mehr Gegner so ein Diff 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 erstmal essen kochen hast hunger ja ist mir schon geil hier passiert ja gerade nichts weil spiel uns mit grinding aufhält dupp 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 ja 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 Das war's für heute. Oh, nicht schlecht. Da hat jemand Gameboy-Spiele in so eine alten Hörspiel-Kassettenboxen reingepackt. Das ist echt eine gute Idee. Ja, wir sind guter auch, weil das Spiel so spannend ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, endlich wieder ein Level-Up. Ich werde wieder Spielpunkte verteilen. Das ist auch nicht schlecht. Das war's für heute. 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 Bei Final Fantasy. Die Final Fantasy gibt ja 7, 8, 9 auf den modernen Konsolen auf Steam und so. Ich glaub 7 gibt's nicht auf Steam, aber... Doch, doch. Die PC-Version war's. Stimmt. Da war was. aber auf jeden fall man kann die sachen als spielen und da braucht man jetzt keinen apple service halt ne du würdest gerne pixel remaster spielen ich habe gehört dass da der suplex bei sechs nicht so laufen soll würde mich derzeit sehr interessieren welches denn überhaupt von den pixel remaster aber zumindest habe ich gesehen dass wir den wasser back gefixt haben weil natürlich auch schon die ganze zeit im auge das spiele habe ich auch alle die spiele und natürlich wenn ich welche original aufs team spielen kann ich halt nicht die übersetzte die übersetzte super nintendo fassung auf dem super nt spielen der offiziell direkt spielen das sei natürlich möchte ein vergleichs video irgendwann machen aber schon erstmal dass ich hierfür ein video irgendwann machen vielleicht weil ja für einen anderen grund warum die originale dann nicht mehr bei eine einzige ausnahme ist final fantasy 4 final fantasy 4 hat tatsächlich nur eine zusatz story auf der playstation portable und ein 3d remake was halt nicht so schlecht ist also final fantasy 4 braucht man nicht so häufig den pixel remaster aber eins bis zwei drei gibt es ja auch in 3d noch wenn man möchte hier gibt es ja wie gesagt auch in 3d beziehungsweise die zusatz story auf der psp und dann fünf und sechs kann man wieder pixel remaster gucken so ist was ich hier so von den remaster gedrängt sehr sehr viel spiel zu wenig zeit sag ich ja ne ich habe ja vorhin gesagt also erstmal ne schenoblade chronicles 3 kommt raus muss ich zwei spiele bis september spielen dann für soulhackers muss ich einen von dem beiden spielen und den hier spielen und am besten noch beide teile von denen hier bis august zu viele spiele und ich muss die eigentlich nur spielen weil sie noch nicht gespielt habe der einzige grund genauso wie smt 4 apokalypse und smt 5 wobei ich mir fünf noch kaufen muss ich glaube ich werde mir demnächst mal irgendwann also wenn ich wieder geld habe vielleicht nächsten monat oder so werde ich mir wohl die standard version holen weil ich glaube ich kriege die special edition echt nicht mehr hatte schon ein bisschen geguckt müsste ich mir maximal die japanische version holen und das ist mir jetzt auch nicht wieder wert und das war halt auch der grund warum ich heute dieses spiel hier spielen wollte damit wir weiter kommen damit ich das beenden kann damit wir die anderen spiele spielen können und dann hält mich das spiel hier mit grinding aus das ist das schlimmste jetzt daran ich möchte eigentlich was anderes spielen möchte dementsprechend das hier beenden und dann hält mich das spiel mit grinding auf weil es so eine wand vor einsetzt schon ein bisschen schade das macht das spiel auch schlechter als es eigentlich ist weil im grunde genommen weil ich lust habe andere dinge zu spielen und sie dann halt dem spiel auch spielen möchte und dann muss ich das hier spielen was nicht aufhört es ist nicht am ende wir sind bei part 15 von 22 also nein logo es hört nicht auf was wir jetzt machen müssen im grunde genommen abseits von dem grind der uns nur aufhält wir müssen jetzt sinik hier befreien dann müssen wir die beiden mädels befreien die uns auch noch fehlen dann müssen wir auf eine insel dann müssen wir auf eine insel den rest weiß ich nicht mehr auswendig deswegen guck ich jetzt mal dann müssen wir auf eine insel ja dann müssen wir zum palast dann ist irgendwas mit mit china dann müssen wir irgendwie zu irgendwas mit der königin dann müssen wir nach shangrela was glaube ich eine von den gebieten ist wo wir nicht rein gehen dann steht hier was von sechs elementen das heißt wir müssen wahrscheinlich sechs elemente aus sechs verschiedenen ebenen der welt nehme ich jetzt mal stark an dann geht es zum god realm dann geht es zu jaz also wahrscheinlich final boss und dann gibt es dort den volt werden was wahrscheinlich so ein extra bosser gedöhnt ist also so viel zum thema ähm sieht nach ende aus ich denke dass wir gegen ende level 60 bist bei dem was wir gerade alles machen ich tippe eher so auf 99 aber kann natürlich sein dass es 60 ist kommt drauf an wann das level cap kommt ich war sie durch gespielt ja ungefähr so ja sind die am garten ne gut ne wenn wir so schnell weiter gemacht hätten wie die letzten male immer da hätten wir halt um die sechs streams insgesamt oder fünf streams hätten wir das durch gespielt aber so jetzt natürlich wenn wir so aufgehalten werden mit grinding und ich kann ja offensichtlich jetzt nicht äh überziehen wenn ich äh äh schichten hab in der woche ne dann ist natürlich klar dass wir hier länger als das brauchen dann wäre ich wohl noch einen monat bezahlen müssen ja ich denke mal spätestens wenn wir äh wenn wir die äh party member alle haben wäre ich wohl äh noch ein bisschen privat dann grime äh dass äh wir hier die levels und die skills wie und so haben damit wir nicht von sowas wie heute wieder aufgehalten werden weil man sieht ja wie sch... das ist halt eher unangenehm dafür sind die kämpfe halt nicht spannend genug um äh um das on stream alles noch äh zu erklären es sei denn ihr habt themen über die ihr reden wollt äh wie man gerade ja mit dem final fantasy pixel remaster gehört hat ich hab dazu allen möglichen was immer zu sagen okay so in welche richtung wollen wir mit ihm als nächstes gehen bei rare drop raid mit hyper grenade vakuum dass hier alles zusammen gepackt werden was ist das oh ein force field was piercing skills drin äh abtrahlen lässt also piercing damage ab quasi quick all pack up hey hey all potion L das können wir gut gebrauchen glaube ich äh all potion L weil ähm wir benutzen bis jetzt nur S und hier können wir das nochmal weiter verstärken das nehmen wir als nächstes bei ihm und nebenbei können wir hier ein bisschen so äh äh kleinen dinger weg machen wie sieht mir der pally aus mana braucht dich hier war ja schon die kiste die ja ja schon war und alles nicht so versteckt hier dass man tatsächlich alles mögliche gefunden hat ich glaube das ist noch nicht das Ende der Level aufs Geptrum wir sind aufs Geptrum jo macht das und viel Glück dass der ein PC das schafft erstmal gleich etwas Rogue Legacy das nächste Spiel durchspielen ja Spiele durchspielen hatte ich auch mal gemacht bevor ich so eine Spiele wie wie Fertation gemacht gespielt habe oder Handyspiele die nicht aufhören man merkt den minimalen Damage ab bei ihm ist okay ja 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 aber nicht genug für ein Level hier ist die kiste mit nix drin füß ich gegner bekommst doch locker hin also ich hab nächsten morgen prozessor abzugeben der zwar noch jetzt so gut wie ripper aber funktioniert noch logo was macht ein arcade stick jetzt weiß ich warum das ding hier die ganze zeit so rum spinnen ich hab hier noch den autobild ausschnitt drin gehabt er hat erklärt natürlich dafür schiebt sich das ab und zu wird wohl job angebot von meinem praktikum erstmal annehmen und röscher jetzt hier danach holen versuch endes jahres dann nach bremen zu ziehen ja viel erfolg auf jeden fall dabei gibt sich mühe dass wir es schaffen wenn ich mir schon einen job anbieten warum nicht annehmen ja vor allem wenn es nicht allzu schlimm ist also wenn du sagst du könntest dir vorstellen da eine weile arbeiten zu können ne also vielleicht nicht dein favorite aber halt auszuhalten nicht nicht eine katastrophe oder so ist dann ganz ehrlich warum nicht habe ich ja mit meinem job auch ich verdiene halt viel also relativ viel für einen eigentlich ungelernten job den ich machen muss gibt mir halt mehr geld als den ich gelernt habe weißt du und ja weiterbildung alles gemacht inzwischen inzwischen halt auch hier mit studium also äh ne was so finanzierung angeht ist halt geil wenn man job hat egal ob es dein favorite ding ist oder nicht ne was hat man halt sonst für ähm möglichkeiten normalerweise die übergangswohnung muss ja so oder so umziehen und so viel geld brauche ich eh nicht zum leben von daher kann ich gut geld zur seite legen ja ist doch geil aber auf jeden fall erstmal fokus auf die wichtigen sachen legen ich weiß ich brauch da eigentlich nicht reden weil ich ja immer irgendeinen blödsinn mache äh und mir spiele kaufe oder so kram aber an und für sich weiß man ja was vernünftig ist ne man weiß ja was man machen sollte und wenn du hier sagst du willst äh Führerschein machen und so ne dann macht das erstmal musste ich auch äh selber finanzieren konnten sich meine eltern auch nicht leisten mir das äh zu finanzieren von daher ne der schwierige weg langsam aber äh langsam aber sicher stetig schritt für schritt vorangehen ne so gucken wir mal also wir kommen ja gar nicht zu kipps hin weil hier äh die katzteam und alles ist toll muss ich jetzt kämpfen wahrscheinlich ne ja ok warten wir mal kurz gut aus dem checkpoint am anfang der levels ist aber wir versuchen es einfach mal warum nicht zudem habe ich bessere möglichkeiten den job zu bekommen und ich kann eher hinfangen weil mehr geld ja äh aber siehst du dass du äh nach möglichkeit vielleicht äh gleich sowas wie hybrid oder so nimmst weil sprit ist unbezahlbar inzwischen äh ist er wirklich scheiße teuer wenn du täglich irgendwo hinfahren muss dass du da wehst du die option hast äh äh strom zu machen auch ne deswegen hybrid meine ich da es gibt ja einige schon seit jahren die hybrid sind ich denke mal da gibt es äh möglichkeiten nehme ich mal an also ich hole mir jetzt eigentlich nur keinen weil ich halt noch meinen anderen wagen am abbezahlen bin schwierig auch wenn ich mir nicht leisten können auch erst mal äh zu erscheinen haben kannst dann wenn du irgendwo für eine firma arbeitest dann äh von der firma den wagen in der arbeit nutzen ich hab mir gleich dass das hier ein äh wild wird aber das macht ja nix wie hat er denn überhaupt auch schon ein bisschen runter gehauen ja muss das ding zu nur fahren können besitzen äh nicht unbedingt richtig so diesmal laufen wir nicht in die cutscene ragen hier kann ich ja im grunde genommen die gar menschen mal kurz leer machen ich hatte mir ja im grunde genommen auch ein paar jobs chancen äh die damals also da habe ich auch ein paar jobs chancen verpasst gehabt weil ich halt noch keinen zugerschein hatte und wenn man so eine kleine firma rein will weil ich habe ja maler gelernt sind ja meistens kleine firmen und da hatte ich halt auch noch kein führerschein weil ausbildes das geld war so klein irgendwie 200 euro das im monat war das damals ähm und da konnte ich mir das halt auch nicht leisten äh früher scheint zu machen bzw war ich halt noch nicht fertig am ende der ausbildung und ähm ja da konnte ich mich äh konnte ich mir auch sparen beim zudem einen oder anderen mich zu bewerben einfach weil ohne führerschein komme ich nicht auf die baustelle ne und der kann sich halt auch nicht leisten äh mich immer mit nem kollegen fahren zu lassen weil die haben ja auch ihre äh baustellen zu tun dann auch äh wär auch anders gelaufen alles ein bisschen ne aber ja was wäre wenn ne von von also der andere ist schon ausgewählt ich habe gerade versucht dass ich die gegner mit auswähle und dann war das schon immer die falschen tasten der braucht ja jetzt eine 10 dafür da muss er jetzt noch ein level machen erst mal können wir mal gucken wo kann ich noch überall hin in den chaos fields haben wir glaube ich alle ecken abgegrast da ist zum beispiel die kiste da oben ist auch eine kiste obwohl die da oben ist glaube ich komme ich nicht hin aber gut wenn das so ist da sind wir doch hier erst mal ab lol lol ist das was gutes survival instinct ja gut geht so irgendwas sieht nicht so aus genau da unten haben wir was mitgenommen genau da oben kommen wir halt nicht hin aus irgendeinem grund verstehe ich immer noch nicht was wir da brauchen um auf diese sachen drauf zu kommen ja 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 mit ihm mache ich ja die ganze zeit nur hier piercing mit der standard attacke weil damit er nicht die ganzen items für quasi sinnlosen kram sinnlose monster verbraucht und umso mehr ich ihn skille umso mehr damage macht er ja sowieso also schon ok ja ja so hab nom nom dann äh herzliches nom nom dir links also das ist eine klippe da kommen wir halt nur nicht runter da geht es richtung ausgang dann gehen wir erstmal in die andere richtung wenn ich lang kommen auch gut da geht es halt hoch und wieder runter da gehen wir mal links dran vorbei und da haben wir schon direkt eine kiste mit motion l hätte ich mir auch kaufen können und das ging ja vorbei und nicht drauf und runter und kiste mit dem elixier und wieder eine kiste machen wir mal die 23 erstmal alle schön eine reihe geleert so muss das aussehen da kann man auch mehr gegner plätten wenn man die so schnell plättet so 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 einen buff mitnehmen war auch ok aber kaum XP bekommen ist mir auch egal und wenn ich in die Level 43 Gebiete oder sowas wobei ich weiß gar nicht welches gibt was für ein Level hier angedacht hat zwischenteilig speichern da haben wir zum Beispiel eine Killstar und hier was ist hier kann man nicht kann man eigentlich in diese Pyramide da rein ich meine das andere hat ja so ein also das Labor ist ja so dieses bunte Ding und das stand auch auf so einen Spinnenbein das hier ist nur sieht nur aus keine Kiste aber da oben ist eine Kiste immer schön den Loot suchen wer weiß ob da irgendwo noch eine Waffe oder ein Topaz oder irgendwas ist ne was uns einen Vorteil im Kampf verschaffen kann und das ist das ist das ist das ist das ist und das ist das ist das das ist das ist Wichtig einfach mal den attack boost hier aufrecht erhalten so wie wir sie leer gemacht haben bevor die nächsten spawnen Das haben wir auch richtig Lockerflockig weggekriegt Aber wir haben auch keine XP dafür bekommen Hier ist Batman Aber momentan sind wir eh hier um Items zu sammeln Daher nicht so wild Noch ein Poison Apple Also langsam müssten wir aber die 30 voll haben Die der eine Typ in der Stadt wollte Der hier ist nichts Ich bin jetzt mal auf Aha, da ist mir doch Rose? Wow hp up ist nicht schlecht ich ziehe den kill bonus mit der mp mp kann sie ja gut gebrauchen ok schon gelb ich sollte es vielleicht mal leer machen was ist hier naja montag da schreiben sie immer hier auch was rein lese ich mir später nochmal genauer durch so 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 haben wir alles durchgeguckt hier Neuer Gegnertyp? Jetzt? Überraschend. Ah ne. Nur Topf der Gear. Nein danke. Koromon Demo ist auch dabei. Koromon? Das sagt mir nichts. Ich will ein Pokémon verstehen, was ganz gut sein soll. Koromon sagt mir halt echt nichts. Ich habe so ein paar mitgekriegt, die so Pokémon-Klone sind, aber Koromon, keine Ahnung. Machst du denn gleich anderen oder spielst du das privat? Die Demo. Nur, dass ich das vorher weiß, dass ich dann erstmal zu dir dann gucke oder so. Wie gesagt, er es lassen kann. Erstmal zeig runterladen. Ja gut. Ähm. Kein Stress. Bissens Zeit habe ich hier eh noch. Und. Wie gesagt, ich muss ja eh nur grunnen. Es sieht nicht so aus, ob ich hier... ...diepiepe Story verpasse. Dann mache ich mir gleich, wenn ich zu dir rüberkomme, ein bisschen Abendbrot. Dann ist schon wieder Feierabend. So. Morgens früh dann raus. Ja! Ich habe den in der Mitte verpasst. Jetzt ist er in der Mitte gehalten. Kann ich noch ein bisschen äh, dann weiterfahren lassen, ob ich nicht mehr so langsam Spider-Grime oder so Das war 50% Ah, ja, bleibrologisch Abhängen Was Super P reduce and Just auch dabei habe ich aber schon letztes jahr angetan dieses geil ich weiß nur was von helsen hat dieser selder klonen aber helse ist geil sagt man auch nicht aber vielleicht wenn ich sehe dann das war das weil vielleicht merke ich mir nicht von jedem in die titel adventure geben welcher wohl vielleicht bei dir sehen wenn ich lange genug da bin und natürlich darauf an wie lange die spiele sind und wann ich ins bett gehen aber ansonsten schauen wir einfach mal secret base hat auch eine story gehen wir mal hin bis jetzt nicht so die story sagen wir haben noch was neues zum letzten mal einen habe ich das kriegt doch schon mal viel versprechen das kann dieser flach naja muss ich tatsächlich hier gucken wird wohl so ein ding sein das scheint nicht für die leute die ich gerade hier habe zu sein es sein erst noch nicht drin gewesen weil ich so schnell geklickt dann wird das wohl eine waffe sein aber nicht für die leute ich habe wahrscheinlich von den mädels eine waffe demo von neon white du hast hier sachen raus wo soll ich jetzt story sein aber wird kann bestand dass das so wie ist jetzt sage ich hier wirklich gut wahrscheinlich weil es ist ein zeitgust gehört das sind die was sie zeigen haben bei nintendo direct indies was aufs wäsche pc erscheint da ist das so hat nicht die quest ist auch hier nach dem ancient hill gebracht ob wir das machen können okay Entrance Schön, dass die Kamera nicht mitgeht, obwohl ich da irgendwie in die Ecke gehen kann Neuer Gegner? Oh, es ist der von Arena Du bist im Thema, sie sind ein bisschen mehr Vicious Ja, ich bin ein bisschen mehr Vicious Ich bin ein bisschen mehr Vicious Ich bin ein bisschen mehr Vicious Geht so. Ja, vielleicht können wir ja die Tarkos dann machen, irgendwie. Das Ding steht ja immer noch hier. Ja. 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 Die ganze Blocker hier. Hört auf zu blocken! Durch töten und so. Und jetzt. 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 so sie muss jetzt einfach mal aufräumen damit wir hier das ist ein bisschen was, Kai hat sie aufgefahren immer ein, zwei weniger ich bin auch wieder dran genau weniger, sehr schön ich bin auch wieder dran ich bin auch wieder dran hör auf zu blocken, ich mag dich nicht get off get off ich bin auch wieder dran 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 so, endlich wahrscheinlich kein xp bekommen ne? na geht so jetzt geht das ist ja auch mal ne Fummelei mit der Steuerung hier es muss be the egg that sit was after, I can almost taste that omelette already genau das gab es nämlich auch noch viel mehr grad noch ein und boss fight boss fight Schleim? ich habe jetzt nen Vogelwasser erwartet ok nehmen wir den Schleim ok jetzt dort den lightning energy dark energy ok 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 cool ok 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 Kann ich jetzt Feuer machen? Müsst ihr ja 50% Feuer haben Gucken wir mal, ob was ich vermute richtig ist Ja, für ein bisschen was dem Feuer Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Leben er hat Es geht jetzt mal zum Beispiel Ja, für ein bisschen, aber es geht jetzt Okay, ich habe es dir Ich habe es euch gehört 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 kann ich auch 19k, das geht ja noch 20k, das geht ja noch 20k, das geht ja noch 21k, da Abbord hat 23k, hang 19. Um... Oh, weil ist derjenige gestorben? Warum? Ich fahr einmal kurz weg, ne? Ich fahr einmal kurz weg, ne? Achso, wahrscheinlich ist er deswegen vorhin gestorben. Okay. Okay. Hier sind einige Demos, dass ich manche statt auf meine SSD auf meinen Lammarsche geplatzt downloaden muss. Ja, soll auch nicht so schlimm sein. Ich meine, die meisten werden ja wohl nicht so Ladezeiten haben, dass du die SSD wirklich brauchst. Okay. Ah. Deswegen sollte ich das nicht machen. Jetzt wissen wir, warum wir keinen Elementarschaden da machen dürfen. Oh. 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 Hey. Wesentlich ein Boss, die wir heute mal schaffen. Oh. 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 Aber hey, ich schließe mir die Zeit der Kette ab. Ich schließe mir die Zeit. Ich schließe mir die Zeit. Ich schließe mir die Zeit. Ich schließe mir die Zeit, aber... Kommen wir da hin. Über die Brücke natürlich. Wow, neues Monster. Spiel will mich heute echt aufhalten. Nee. Oh, das ist nur ein Top der Gear. Na egal. Jetzt kann ich auch später holen. In N war das, ne? Okay. 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 I brought you that egg you wanted. Thanks. Now sit tight. The best rice omelette in existence. Coming right up. Don't be shy. Dig in. Now that's an omelette. The viscosity of the egg plays across the tongue more smoothly than before. Its potent flavor is immediately apparent once it enters the mouth. This effect is dramatically increased by the accompanying red gel. The starchy grain within provides an interesting textural contrast. All told, a most interesting meal. Though its effects on the body remain to be observed. Wissenschaftler. So you liked it, right? If you're happy, I'm happy. Couldn't have done it without that choice ingredient you brought me. Alright, I found something weird stuck to the egg. Beats me what it is. That and some other stuff is all yours if you want them. Yay. Clear 10 quests. Nur kam irgendwie mehr vor. Es fehlt noch 2. Okay. Hier ist noch nicht fest. Ach so, vor dem einen Baum, den ich noch nicht legen kann, weil es zu hart war. Da muss er mal Weltkarte um. Wir sind ja jetzt Lassen 40 vielleicht, ich meine wir müssten als nächstes diese Insel da machen. Also wenn wir die Leute gefunden haben. Was ist denn das? 42. Die Höhle war 49, will ich mich nicht in den Sinne. Machen wir erstmal die Dimension. Die Höhle war 49, will ich auch . warum ist da jetzt ein lightning boss dabei eine zweite legen ihr setzt die erste ich erklappen können so ist ja nicht ja die demo dabei mit 22 gp gg nicht nur ein und und Wir müssen ja erstmal gehen weg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh yeah Bop 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 Ja der der nicht in ner Party ist hat Das wird super Dann gehen wir nochmal nach oben, was das nochmal für ein Levelbereich war. Wollte ich eh schon um die Richtung jetzt auch einmal aufhören. Sag mal, wie schnell flügt sich das denn hier? Alle paar Metern Gegner oder was? Ja. Ja. Ja, mein Gehrer. Stimmt, in der Stadt gab es ja dann auch noch den Typen mit den Öpfeln, so lange aber sicher müssten wir ja 30 haben. Was ist das, wenn jeder einzelne von denen einen abgibt? Bist du eine Abgabe? Ja, ich habe dasselbe. Ich duke das für uns nicht. Also nicht nur noch die Ereignisse. Ich nehme die Abgabe. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Noch mehr ZDF für funk, 2017 Dann überleben die das auch noch ZDF für funk, 2017 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 wahrscheinlich ist diese schanker hier oben oder auf der insel oder in der höhle ja gut gibt es einige ecken wir haben aber eigentlich alle renner abgesucht kann also wirklich nur gucken was kann ja und 30 das geht ja sogar das geht ja sogar ja 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 Das war's. Ich war schon ganz gut auf. Ich war schon ganz gut. Ich war schon ganz gut. Ich war schon ganz gut. Ich mein, der war ein garantierter Kale, der ich den angegriffen hab. Ich war schon. Deswegen also. Was ist jetzt hier? Ich war schon ganz gut. 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 Okay. Okay. Ich war schon ganz gut. 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 Ich war schon gut. Ich war schon ganz 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 gut. Ich war schon mal gut. If they not, maybe I will hunt them down and do it myself. thể Pilz 추가 they MCVH HEID The Thalkean Empire had ordered Ten to overthrow Dora, not to assassinate its rulers. Murder wasn't part of the mission Ten quietly repeated. Blue snorted derisively, finished his drink and stood up. Relax, you haven't killed anyone, not directly at least. The other spies followed as Blue left. The party was over. Ten alone remained behind, watching the smoke as it grows from the ashes of Dora. Okay, da haben wir eine neue Hauptmission gefunden. Also eine von den Hauptmissionen, die wir in diesem Part des Spiels bekommen haben bis jetzt. Boah, diese Steuerung manchmal, ne? So, was machen denn die Kämpfer hier? Oh, die Kämpfer hier. So, building derutions Sellers bei der Aspen samedi. So, sieg es schön was da für eine Frau, noch sein. And, imog mutta viel Wasser, da sind sicher, ey wir sofort bombardier Musiker. Boop, 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 boop! Boop, 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 bop, boop! 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 So, woop! Boop, boop, boop! Boop, boop! Das war's für heute. Ja gut, bevor wir hier die Story noch groß weitermachen, ich bin eigentlich schon über meine Zeit, Dave hat ja ein bisschen gebraucht, ich gucke noch kurz, ob ich diese Äpfel in der Stadt abgeben kann. Und dann würde ich sagen, machen wir langsam Feierabend, weil, wie gesagt, ich sollte vielleicht, ja. Ja, wir haben ja doch ein bisschen was geschafft, wir haben hier diese eine Sidequest fertig. Und, ähm, und wir haben hier das Gebiet Matern gefunden. Ja doch, geil, bis ich was geschafft habe. So. Lass ich Poison Apples. Thanks, hier, take this. Toxic Ring. Great, now all I need is a secure trade road. Äh, and I will be swimming in G. So, Magdorad können wir auch quasi sammeln. Ich geh jetzt mal zum Safe Point. Hier war auch ein Safe Point, ne? Okay, dann halt nicht, dann warf ich halt zu einem Safe Point. Und ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich dazu komme, auf Stream ein bisschen, äh, zu grinden. Aber ansonsten geht's dann mit Grind und wahrscheinlich mit, äh, der Story von Ten dann auch oder so weiter. Weil, ähm, offensichtlich muss ich grinden, um die ganzen Sachen zu erreichen. So.